Ach, die X-Bilden sind leer. Ha, du Trottel, du Dummer. Hat er wahrscheinlich vergessen, seine X-Bilden nachzuladen oder wollte es nicht nachladen, weil er Elixir sparen wollte oder keine Ahnung. Jedenfalls wollte ich das wahrscheinlich jetzt zum Verhängnis werden. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Christian und wir zurück auf YouTube mit einem neuen Video zum Spielbergschaftslands und natürlich wie immer standardmäßig im Hintergrund, mein Dorf, ihr wisst ja selber. Und ja, das Thema dieses heutigen Videos sollte sein, dass ich euch einfach mal zeigen wollte, wie weit nun der Fortschritt meiner Death ist von meiner Base und zwar, ihr seht's, ich hab 0 von 5 Bauarbeitern frei und man kann's ja oben lesen, ich hab zwei Minenwaffe vom Ausbau, den Inferno immer noch, die eine dunkle Kaserne und die Queen. Heißt, es erklärt sich die Überschrift, auf dem Weg zu Queen Level 40, in 3 Tagen und 23 Stunden hab ich meine Queen auf 39 fertig und dann kann ich sie direkt auf 40 starten, wenn ich eben noch 130.000 dunkles hab bis dahin. Ich denke, ja, vielleicht schaffe ich's, vielleicht nicht, vielleicht dauert's noch ein, zwei Tage länger, aber ich denke so, in, ja, gut und gerne 14 Tagen, in zwei Wochen, wird meine Queen Max sein, da lege ich mich fest, da hab ich dann endlich alle Helden Max, da kommt dann auch nochmal, wie gesagt, ein extra Video, alle Helden Max live in Action, könnt ihr euch drauf freuen. Ich freu mich persönlich wahrscheinlich am meisten drauf, weil ich hab so lange drauf hingearbeitet, alle Helden zu Maxen, der König war als erstes fertig, dann kam Grand Warden und jetzt zum Schluss endlich noch die Queen. Ich hab mich wirklich so lange drauf gefreut und in zwei Wochen kann's dann endlich fertig sein, soweit und ja, gut, dann wollte ich heute mal noch einen oldschool Live-Angriff suchen, einfach mal so, weil ich euch ja nur diese Informationen geben wollte, ähm, mit einem Video, also einem Vorblick, einer oder einer Vorschau, sag ich mal, für die kommenden Videos zu den Next Helden, zu dem Bowler-Only-Angriff oder, ich weiß gar nicht, ich hab da mehrere Sachen noch gehabt, ich hab's mir mal aufgeschrieben gehabt, mal, es waren mehrere Videos auf alle Fälle, die dann in nächster Zeit folgen werden, aber zur Zeit hat eben Priorität, dunkles Elixier zu formen, alles andere brauche ich grad nicht mehr, also, was heißt nicht mehr für die Mauern brauche ich's noch, aber sonst brauche ich eigentlich keine weiteren Ressourcen mehr, weil im Labor hab ich alles fertig mit normalen Elixier, sprich, da brauche ich kein normales Elixier mehr und Grand Warden ist auch schon maxed und ja, Gold brauche ich nur für die Death-Gebäude und da ich ja jetzt alle schon auf maxed hab, brauche ich auch kein Gold mehr, also mache ich jetzt mit meinen Ressourcen, mit dem goldenen Elixier, die ich jetzt noch erform, denke ich nur noch die Mauern fertig und ja, dann wird dann endlich meine Pokaljagd starten, da wird natürlich auch ein Video kommen, wenn ich meine Pokaljagd einläuten werde, aber ich denke, drei, vier Wochen wird's, denke ich, noch gehen, weil mein Ziel ist ja noch, die Walküre in der, ähm, na, im Labor fertig zu machen, auf Level 5 und vielleicht noch die Hexe oder die Schweine, irgendwas eins und beiden will ich noch fertig machen, aber die Minions brauche ich eigentlich nicht unbedingt, aber wenn ich das dunkle Elixier hab dafür, dann werde ich's ja auch mitmachen, aber da will ich jetzt nicht explizit drauf sparen, das werde ich mir dazu mit nebenbei machen, die kosten jetzt glaube ich auch nur irgendwas um die 100.000 dunkles Elixier, da muss man sich eigentlich keine Gedanken drüber machen und ja, ich würde sagen Leute, ich werde die Spielersuche erstmal überspringen, damit es euch nicht so langweilig wird und ich würde sagen, bis gleich! Musik 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 Der Rathaus Szener ist mit dreier Wegsbögen am Start auf Boden gestellt. Der Rathaus Szener ist mit dreier Wegsbögen am Start auf Boden gestellt. Der Rathaus Szener ist mit dreier Wegsbögen am Start auf Boden gestellt. Auch wenn es nicht optimal ist, weil ich habe einfach nichts besseres gefunden, nichts einfacheres leider. Aber mein Ziel war eben, ein bisschen Douglas zu finden und möglichst den Infernus bzw. 1,2 Infernus aus dem Weg zu gehen. Und das ist dann, würde ich sagen, der optimale Gegner, den ich hier, na gut, optimal nicht, aber es ist jetzt einfach ein Gegner, den ich hier mitgenommen habe. Mal schauen, wie viel wir kriegen. Ach, die X-Bögen sind leer. Ha, du Trottel, du Dummer. Hat er wahrscheinlich vergessen, seine X-Bögen nachzuladen oder wollte es nicht nachladen, weil er Elixir sparen wollte oder keine Ahnung. Jedenfalls würde ich das wahrscheinlich jetzt zum Verhängnis werden, denn das dunkle Elixir werde ich mir mindestens holen, obwohl die ganzen Truppen, warum laufen die da alle rechts lang? Oh Mann, oh Leute, was ist los? Der König, hat der König etwas gelitten oder was? Äh, nee, wie kann denn dieser scheiß Dreckskönig, es ist so viel kaputt zu machen hier. Nein, er muss ganz außen rum laufen. Oh mein Gott, du. Am Ende laufen sie wieder am dunklen vorbei, wie im letzten Live-Angriff, ey, ich könnte wieder kotzen, du. Also wirklich. Oder? Kommt, ihr Kobolder, lauft ihr wenigstens richtig, genau. Kommt, ihr Kobolder, ihr geht aufs dunkle Elixir. Ah, da ist noch der Magierturm am Start, ah, auch uncool. Mal schauen, ob wir hier noch einen Hearspell draufknallen können. Ja, ich denke schon, hoffentlich klappt's, hoffentlich klappt's, hoffentlich klappt's. Holt euch das dunkle Elixir, Leute, meine Kobolder. Jawohl, so wie ich das haben. Alles wollen wir uns leider nicht holen. Aber, ne, also der König, das ist wieder so eine Aktion gewesen. Dieser dreckige König, was hat er denn, was ist denn sein scheiß Problem, dass dieser König nie so laufen kann, oder so läuft, wie er eigentlich soll. Also das ist wirklich unbegreiflich, meines Erachtens, unbegreiflich. Dieser König könnte einfach so laufen wie, ne, also das, ne, 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 das kann ich nicht nachvollziehen. Verstehe ich einfach nicht, muss ich wirklich so sagen. Und ich würde sagen, ich werde ja auch dann den Angriff abbrechen, weil alle Elixierlager bekomme ich leider nicht. Grant Warden ist auch im Arsch. Die Riesen kümmern sich jetzt noch um einen Inferno-Turm wahrscheinlich. Vielleicht schaffen sie noch den zweiten. Mal zoomen mal ran. Aber der Single Inferno wird schon ordentlich meinen einen Riesen rösten, oder, oder, oder? Mal schauen. Einfach mal Spaß, es ist aber drauf geblieben. Ja, den zweiten haben sie auch noch zerstört, aber wie gesagt, keine anderen Einheiten mehr am Start. Und ich würde sagen, wir brechen den Angriff hier ab. Schauen wir mal, wie viel wir dann erreicht haben am Ende. Und zwar, ja, ja, also, ja, gut. Ist in Ordnung, 3000 Dunkles war mein Ziel. Der Rest ist mir eigentlich egal, auch wenn es hätte natürlich mehr sein können, aber gut. 3000 Dunkles ist okay. Bin ich jetzt bei 72.000 Dunklem angekommen. Wieder einen Schritt näher, der Queen Level 40, der Maxed Queen dann endlich. Werdet ihr dann wahrscheinlich, ähm, meine Queen, ähm, nächste Woche sehen. Auf Level 39, beziehungsweise, wenn ich das Dunkle Edition schon hab, dann werdet ihr sie nicht sehen. Dann werdet ihr gleich im Ausbau vorfinden. Aber sonst werde ich sie nochmal für ein Video missbrauchen, oder halt zeigen. Und ja, in dem Sinne, was ich sage, Leute, lasst mal einen Kommentar und eine Bewerbung da, wie euch dieses Oldschool Liveangriff-Video mit paar Informationen zu kommenden Videos gefallen hat. Und in dem Sinne, was ich sage, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Video, euer Christian.